. Schwangere DSDS Monique, Kilo Uptate kurz vor Geburt. Bald ist es soweit! DSDS-Sternchen Monique Simon, 22, ist schon im neunten Monat schwanger. Lange muss die Sängerin der 14. . Staffel nicht mehr warten, bis ihr Stöpsel, wie sie das Baby liebevoll nennt, das Licht der Welt erblickt. In den sozialen Netzwerken hält die Brünette ihre Fans fleißig über den Stand der Dinge auf dem Laufenden. Nun postete sie ein Foto von ihrem Babybauch. . Fast 18 Kilo sollen seit der Schwangerschaft dazugekommen sein. . 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 Viele Kugelfotos wird es allerdings nicht mehr geben. . Schon in wenigen Tagen hat ihren Entbindungstermin. Auch wenn sie ihren Babybauch offenbar gern hat, freut sie sich bestimmt noch mehr darauf, ihr Baby endlich im Arm zu halten.